ja leute im letzten video hatte ich euch leogang den hangman 1 gezeigt in diesem video seht ihr dann das zusammentreffen mit phil, tu, stu und carsten earl. jay ist auch wieder mit dabei seid mal gespannt drauf geht auf die panorama line viel spaß mit dem video ciao was two times here before but not really fast fängt gut an so jetzt sind still von brellkärtern, da sind kompaden noch getroffen, ich glaube einer kann ja, jetzt fahren wir mal mit dem hat ja gut angefangen so, jetzt mal wieder jay hin daher hier springe ich immer falsch raus, zum glück ist hier platz genug um wieder auf die den trail zu finden den fangen Untertitelung des ZDF, 2020 So, den oberen Teil geschafft! Nun folgt der zweite und meiner Meinung nach etwas spaßigere Teil. So, den oberen Teil des ZDF, 2020 So, den oberen Teil des ZDF, 2020 meiner meinung nach das geilste stück hier so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay? Untertitelung des ZDF, 2020 Ja Leute, was soll ich sagen? Auch wenn die Panorama Line nicht der anspruchsvollste Trail ist und stellenweise schon zerbombt ist, ich mag den Trail einfach unheimlich gerne und er macht höllischen Spaß! Ja Leute, das war's vom Panorama Trail oder Panorama Line wie sie jetzt heißt. Wir sind dann noch den Monte Line runtergefahren bis ins Tal. Hatten da auch noch eine Menge Spaß. Noch eine kurze Session am Skillpark gemacht. Und ja, war cool mit den Jungs. Wird noch ein, zwei Videos folgen. Und wenn ihr es nicht verpassen wollt, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, lasst gern ein Like und ein Abo da. Ihr wisst ja wie das geht. Bis dann, ciao!